Hallo und herzlich willkommen bei Swagtap. Da überraschend viele von euch wissen wollten, wie sich die Samsung Galaxy Camera in Sachen Gaming so schlägt, schauen wir uns das heute mal anhand der Spiele Angry Birds, Star Wars, Dead Trigger und Nova 3 an. Ich wollte euch eigentlich auch Modern Combat 4 zeigen, leider ließ sich das auf der Galaxy Camera nicht installieren, sorry dafür. Vorab sei gesagt, die Spiele sind leider allesamt nicht vorinstalliert, Angry Birds, Star Wars und Dead Trigger könnt ihr euch aber in einer kostenlosen werbefinanzierten Version im Play Store herunterladen und dort könnt ihr euch dann auch Nova 3 kostenpflichtig erwerben. Ich habe die Kamera natürlich gerade neu hochgefahren, der RAM ist also geleert und es sind keinerlei laufende Applikationen vorhanden und ich werde auch, nachdem ich ein Spiel gespielt habe, das wieder schließen, sodass ihr die volle Hardware Power sehen könnt. Entschuldigt bitte auch, falls ich beim Zocken teilweise etwas unglücklich wirke, aber ja, das liegt natürlich daran, dass ich hier hinter der Kamera sitze und das macht es nicht einfacher. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Zuschauen, los geht's! Anfangen wollen wir also mit Angry Birds Star Wars, dem neuesten Ableger aus dem Hause Rovio und was euch gleich auffallen wird, ist, dass wir hier beim Gaming keinen Sound haben, obwohl ich den Sound eigentlich aktiviert habe, also wenn ich zum Beispiel hier auf den Menü-Button klicke, hört man einen Sound, aber leider hier beim Gaming nicht. Ich bin noch nicht ganz dahinter gestiegen, wie man den Sound beim Gaming aktivieren soll, aber nun gut, das ist eine Kamera, die ist wahrscheinlich wirklich nicht fürs Zocken ausgelegt. Wir fangen hier jetzt einfach mal an und ja, dann müsst ihr halt ausschließlich mit meiner Stimme vorlieb nehmen, wir haben hier, wie gesagt, leider keinen Sound. Was aber auch hier auffällt, das Display macht wirklich eine gute Figur, das sieht alles sehr, sehr scharf aus, Farben wirken sehr kräftig und ihr seht schon, es gibt eigentlich wirklich überhaupt keine Ruckler, ist auch ja das erste Level, aber überhaupt kein Problem, aber ich denke, das war bei Angry Birds auch zu erwarten, wäre auch, ja, etwas komisch, wenn die Galaxy Camera bei Angry Birds ruckeln würde. Das war jetzt also das erste Level, wir machen auch noch das zweite und ich zeige euch mal hier, dass auch die Pinch-to-Zoom-Geste überhaupt nicht ruckelt, also überhaupt kein Problem, auch das spielen wir jetzt schnell noch, damit ihr das seht, keinerlei Ruckler macht wirklich Spaß. Soviel also zu Angry Birds Star Wars. Und weiter geht's mit Dead Trigger, dem wohl bekanntesten Shooter für Android und ich muss euch echt sagen, wenn man so mit der Galaxy Camera spielt, das fühlt sich echt komisch in der Hand an, zum einen, weil sie ja doch recht dick ist, zum anderen, weil man hier ja das Objektiv noch hat, also, ja, angenehm ist das nicht, aber ich denke, das konnte man sich eh ausmalen. Wir klicken hier nochmal auf die Einstellungen und ich zeige euch, dass die Graphic Details natürlich auf High sind und ihr seht hier auch wieder, der Sound wäre eigentlich angeschalten, das Gerät ist auch nicht im lautlos Modus, pardon, trotzdem haben wir auch hier keinen Sound, naja, sei's drum, uns geht's ja eh um das Gameplay und ja, das ist ganz interessant, wenn man mit so einer Kamera spielt, da kommt man sich erstmal etwas komisch vor, aber ja. Was auch hier wieder auffällt, also bei solchen Ego-Shootern, diese Onscreen-Tasten rechts nerven leicht, wobei es hier bei der Galaxy Camera nicht so schlimm ist, wie zum Beispiel beim Nexus 4, weil man hier, wenn dann auf die Menü-Taste kommt und da passiert nichts und eben nicht auf die Zurück-Taste wie bei anderen Geräten, zum Beispiel beim Razer HD oder beim Nexus 4. Was ihr hier schon seht, wirklich total flüssig, auch hier gestochen scharfe Darstellung, also das ist halt einfach dann doch wieder Samsung-Qualität, macht schon sehr, sehr viel Spaß damit zu spielen, wenn man mal von diesen Onscreen-Tasten absieht und von der Tatsache, ja, dass sich das mit dem Stativ hinten dran etwas komisch anfühlt. Aber nun gut, ich denke, ihr habt es gesehen, gestochen scharfe Grafik und wirklich überhaupt keine Ruckler. Am Anfang vielleicht mal so ein kleiner Mikro-Ruckler beim Einstieg, aber ich habe noch kein Android-Gerät gesehen, das diesen Mikro-Ruckler da am Anfang nicht hatte und den meisten fällt das dann eh nicht auf. Soviel also zu der Trigger. Und zu guter Letzt schauen wir uns jetzt also auch noch Nova 3 an, mit am aufwendigsten. Modern Combat 4 ging ja leider nicht. Ich erwarte hier eigentlich eine ähnlich gute Performance wie beim Samsung Galaxy S3. Die Hardware ist ja relativ ähnlich, wir haben dieselbe CPU, wir haben dieselbe Taktung und ja, das Galaxy S3 hatte eigentlich nie Probleme mit Nova 3, während da andere Geräte ruckelten. Was hier auffällt, ist LED ziemlich lange, aber gut sei es drum. Wir haben ja mehr oder weniger Zeit und jetzt ist das Ganze auch schon geladen. Ich klicke hier einfach mal auf die Kampagne und auf Weiter und wir haben natürlich leider Gottes auch hier keinen Sound. Ich denke, das muss ich nicht nochmal erwähnen. Wie gesagt, auch hier wieder die On-Screen-Tasten, aber da finde ich Samsungs Layout etwas passender. Na klar, man kann natürlich auch hier wieder auf den Home-Button kommen und somit das Spiel schließen, aber das ist ja unwahrscheinlicher, als dass man zum Beispiel beim Nexus 4 auf den Zurück-Button kommt. Wollte ich nur mal anmerken, aber ich denke, dass sich die meisten diese Galaxy-Camera eh nicht zum Zocken kaufen. Insofern, ja, vernachlässigbar. Auch das LED hier und ich kann es auch bei Nova 3 nur nochmal sagen, gestochen scharfer Text, das Display macht hier wirklich einen guten Job, ist wie gesagt sehr hell und sehr realistische Farben. Und jetzt fangen wir einfach mal an. Sieht wirklich sehr gut aus, wie auch beim Galaxy S3 und ich denke, ihr seht es, ich begebe mich mal wieder auf Selbstmission, aber uns geht es ja um die Performance und ich denke, man sieht das jetzt ganz gut. Wirklich sehr, sehr flüssig, überhaupt keine Rücklehr. Das gefällt mir hier wirklich sehr gut, macht schon echt viel Spaß. Jetzt kommen die hier wieder angeflogen. Auch da schießen wir etwas. Hier drüben ist noch einer. Aber ja, so viel zu Nova 3. Ich denke, mehr muss ich euch nicht mehr sagen. Modern Combat 4 wäre, wie erwähnt, interessant gewesen, aber ja, das hat leider noch nicht hinhauen wollen. Leute, das war es auch schon wieder von diesem kurzen Gaming-Test. Auch wenn die Galaxy-Camera beim Zocken absolut komisch in der Hand liegt und die Onscreen-Tasten etwas stören, ist die Performance wirklich absolut überragend, wie man das von der oder den High-End-Geräten der Galaxy-Serie, also zum Beispiel vom S3 oder vom Note 2 kennt. Ich denke, das war mal ein interessantes Video, auch wenn man mit einer Kamera natürlich primär nicht wirklich spielen möchte. In diesem Sinne hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Bedanke mich wie immer fürs Zuschauen und sage Ciao, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.